Let's play Ghouls and Ghosts für Sega Mega Drive bei Keinplan Gaming. Ja, wir sind immer noch im ersten Durchgang in Level 2. Ich weiß gar nicht, wie viele Level es gibt. Vier oder fünf. Und mittlerweile spiele ich wieder, nachdem Anna vorhin bewiesen hat, dass sie es doch nicht so gut kann. Ich kann das gut. Du machst mich nur nervös. So, geschafft. Ich bin halt besser im Supporten. Hier kommt jetzt der Entgegner. Go, Markus. Go, Markus. Ach, da war ich ja fast. Warst fast da, ne? Ja. Oh, oh. Oh, oh. Das ist mit der Axt aber auch mega scheiße, den zu bekämpfen. Ja, wir fangen direkt beim Entgegner an. Das ist ja nice. Das ist das Tolle in dem Spiel. Das Spiel hat was Tolles? Ja. Boah, hat er mich jetzt erwischt, weil ich hochgeguckt habe? So. Das wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt hier nicht hinkriegen. Weißt du, wie der aussieht? Nee. Der sieht aus wie bei das letzte Einhorn. Der, das, der Feuerstier. Der Feuerstier? Mhm. Ich merke auch gerade einfach, dass es super schwer ist, den irgendwie hier mit der Axt zu bekämpfen. Weil die Axt immer so diesen Drall nach oben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Weihwasser vielleicht für Feuer ganz gut wäre. Wäre müßigt. Ganz knapp. Toll. Und du hast einen Bonus. Ja, die Punkte sind in dem Spiel sowas von... Latte. Wurst. So, willst du spielen, Anna? Neue Level? Ähm, okay. Pass auf, du musst zur linken Seite und... Du musst diese Viecher besiegen, bevor die den Boden berühren, weil ansonsten nimmst du die den ganzen Weg nach oben mit und die klettern auf dich zu. Du kannst auch nach oben schießen, übrigens. Achso. Nein, nein. Oh. Ich bin noch nicht so richtig, äh, drin. In der Steuerung. Genau das darf nämlich nicht passieren, ist das fiese. Oh. Okay, jetzt aber richtig. Der Spiel, äh, der Level ist ganz gut, glaube ich. Start drücken, Anna. Oh, Start. Ansonsten ist hier alles verloren. Oh, mach keinen Schalt. Ich finde die Axt so furchtbar und kriegen wirklich eine andere Waffe. Warum haben wir die eigentlich? Wieso? Die Axt ist doch cool. Ich muss mir das Display nochmal angucken, an welcher Stelle wir diese Axt aufgesammelt haben. Du. Schnell den anderen besiegen. Schnell den anderen. Immer nach oben. Kannst du die anderen gleich mitnehmen, wenn du dich richtig hinstellst. Das ist das Messer. Hol dir bloß das Messer. Hol dir das Messer. Ja. Alles gut, alles gut. Und jetzt keine andere Waffe mehr aufheben. Egal, egal was kommt. Keine andere Waffe mehr. Bitte. Markus, das mache ich vielleicht aber aus Versehen. Das ist, nee. Geht nicht. Aus Versehen ist nicht okay. Siehst du, wie praktisch das ist? Du kannst viel mehr auf einmal schießen und es ist genauso kräftig wie die Axt. Stimmt. Nicht das Weihwasser aufnehmen. Wenn du das Weihwasser aufnimmst, dann hasse ich dich. Ohne Scheiß. Ich hasse dich dann. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ich hatte so eine Angst gerade. Ich auch. Ich auch. Dann am Tisch stehen bleiben. Und jetzt schnell. Erst links, dann rechts. Nicht die Tour aufmachen. Nicht die Tour aufmachen. Und jetzt schnell nach rechts. Du musst nach rechts rüber. Nach rechts rüber. Nach rechts rüber. Nach rechts rüber. So schnell wie möglich. Du darfst nicht in die Gegner gehen, wenn du nach rechts rüber gehst. Spring. Schnell, 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 schnell. Weiter, 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 weiter. Schießen, schießen, schießen. Weiter, weiter, schneller. Das ist zu langsam. Wir schaffen das nicht. Da hinten ist gleich eine Verengung. Ja, das war die Verengung. Da können wir nicht mehr durch. Oh, wie gemein. Ich hab's fast geschafft. Ich wollte eigentlich sagen, dass da eine Verengung kommt, aber ich musste so schneller, schneller, schneller sagen, dass ich gar nicht dazu gekommen bin. Oh, Marco. Das tut mir leid. Aber jetzt weißt du es ja. Da oben ist gleich wieder eine Waffe. Die wollen wir nicht. Das ist doch keine Waffe. Komisch. Das ist doch gut. Also gleich, wenn du oben durch die Verengung dann durch bist, na? Ja. Was machst du? Achso. Du gehst aber auch hier auf Risiko. Magst du es nicht mit Absicht. Erst ganz schnell jetzt den Linken fertig machen. Und dann rechts rüber. Nicht da runter. Nicht da runter. Und jetzt musst du halt ganz... Markus. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich sag doch nur, du musst da schnell rüber. Du bist immer gleich so wütend. Ja, weil ich das doch weiß. Die Leute denken, ich will dich hier voll triezen. Ich weiß. Ich sag einfach nur, du musst da schnell rüber. Und es kann sein, dass ich die Handbewegung von Zack-Zack mache. Aber ich mache hier keinen Druck oder so. Und er denkt jetzt vom Bildschirm, ich bin voll das Monster. Der läuft aber auch mega langsam. Aber guck mal, wie sich... Das ist auch eine Rüstung, muss man dazu sagen, ne? Ich glaub, wenn dieses Da-Da-Da-Da-Da-Geräusch ist, dann ist das so viel wie Schild. Ja. Das heißt, die Sachen kommen nicht durch. Alter, mach keinen Scheiß. Du kannst auch den erst zuerst rechts machen und dann den links, wenn er hinterherkommt. Also, wenn dir das vom Timing her besser passt. Zu spät. Alles zu spät. Nein, es war nicht alles zu spät. Soll ich das machen? Ja. Okay, dann spiel ich jetzt eben. Aber ich hab das so toll gemacht. Das hast du auch toll gemacht, aber du hast dann irgendwie Nerven bekommen. Ja, ja. So. Man muss einfach nur irgendwie aus... Oh, die Scheißachse ist da wieder. Man muss einfach nur auswendig lernen, wo die Gegner sind. Dann wird das alles viel deutlich einfacher. Oh, jetzt haben wir grad einen Framerate-Einbruch gehabt wegen Fraps. Boah, das kann doch nicht angehen. So. Dann versuch gleich als erstes den rechts zu machen, ne? Ich hab das bis jetzt immer mit dem links zuerst gemacht. Don't die! Oh, nein! Oh, nein! Ich wusste nicht, dass die so weit runterkommen. Okay. Nochmal. Ja, nochmal. Schön. Lass uns noch einmal spielen. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich hier vorher nicht so doof gewesen wäre und meine Rüstung verloren hätte bei den Viechern hier. Mhm. So. Noch hüpp. Achtung, Waffe. Ja, Achtung. Das ist auch das einzige Spiel, wo man sagt, Achtung, Waffe. Pass auf, das ist ne Waffe, nimm die nicht. Das war ein guter Schuss. Alles easy. So, und jetzt aufpassen. Jetzt hier nicht zu schnell. So, und jetzt gucken, was hier kommt. Ich weiß es nämlich noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich einfach nur zügig hier rüber. Und jetzt ist hier ne Zunge, okay? Achso, jetzt weiß ich. Jetzt müssen wir auf die nächste Zunge springen, die gleich da rauskommt bei dem. Und dann auf die Plattform runter. Du killst mich! Sorry. Du killst mich! Wieso? Ich halte es nicht auf. Das schaffen wir. Das geht jetzt hier ruckzuck weiter. Wir sind nämlich im Checkpoint erreicht, glaube ich. Genau. Und müssen jetzt einfach nur ganz entspannt... Oh, wir haben ein Checkpoint. Ja, dann ist ja easy. Scheiße. Das weiß ich nicht. Da bist du ja sofort tot. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen komisch. Ich habe auch immer noch, obwohl ich das hier schon öfters gespielt habe, immer noch Schwierigkeiten ausfindig zu machen. Markus, ich habe einen Plan. Ein Plan? Wir machen zu diesem Spiel kein Best-of, sondern... Sondern ein Best-of, ein Die-of. Ja, genau. Und zwar alle Todeszenen musst du reinschneiden. Oh nein, ich habe vergessen, dass die mich aufessen. Das wird also gar nicht aufwendig. Das wird nicht aufwendig. Achso, stimmt. Wird es echt nicht. Das ist... Wenn man einmal was raus hat, dann... Ihr werdet gleich sehen. Das geht dann rucki-zucki. Egal, was man macht. Egal, was man macht. Das ist einfach immer scheiße irgendwie. Habt man meinen Augenrollen gehört? Ich glaube schon. Vor allem, ich habe das gehört. Ja. Sollte ich auch, ne? Ja. Okay. Das macht mich ein bisschen traurig. So. Das konnte doch nun keiner wissen. Nein. Ich habe mich das eine Mal nur... Du kannst da auf die Kiste auch raufspringen, ne? Ist auch ein Plan, oder? Aber es ist halt, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist halt irre schwer, Sprünge hier zu teilen in dem Spiel, finde ich. Ja. Weil man... Wenn man halt einfach nur nach oben springt, dann kann man das nicht mehr in Anführungszeichen korrigieren, wie in vielen anderen Spielen. Das heißt, dann ist einfach... Dann ist einfach vorbei. So wie es eigentlich im Gen-Spiel ist. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Alter. So. Mit Geduld und Spucke. Was? Und dann hier runter. Und dann rüber. Oh, Pause, Pause. Ich denke, wir haben noch ein Zeitlimit in dem Spiel, ne? Also so lange können wir auch nicht warten. Echt? Ja, siehst du, oben in der Ecke. Ja. Und jetzt sind wir auch beim Endgegner schon. Das ist, glaube ich, so eine Wolke. Genau. Und geschafft. Easy peasy. Nice. Man muss sich nur konzentrieren. Und dann schafft man das auch. Liebe Kinder. Man muss sich nur konzentrieren. Okay, und ich würde sagen, was uns jetzt im nächsten Level erwartet, beziehungsweise vielmehr Anna, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.